Willkommen zurück zu The Cat Lady. Wir sind im Grusel-Horror-Haus von den zwei irren Leuten. Und irgendwie wollte ich hier, glaube ich, zuletzt mich um die Lichtschalter kümmern. Aber ich glaube, wenn ich jetzt da lang gehe, dann komme ich zu dem Typen. Wenn ich jetzt nach... Wo waren die denn nochmal? Hier waren die auch nicht. Ja, wir schleichen uns rein. Kann ich eigentlich irgendwas machen noch? Eimer. Untersuchen. Ein leerer Eimer. Okay. Kann man hier eigentlich noch was machen? Zimmer. Schau Waffenschrank an. Schau Kammerjäger an. Schau das Zimmer an. Schau das Fenster an. Ich schau mir mal das Zimmer an. Das muss sein privates Zimmer sein. Hier sitzt er den ganzen Tag, spielt mit seinen Waffen, während die hässliche Betty oben sein Essen kocht. Was für ein zauberhaftes Pärchen. Fenster. Ein kalter Luftzug kommt durch das kaputte Fenster. Aha. Er schläft tief und fest. Vielleicht ist er betrunken oder auf Drogen. Trotzdem habe ich im Kampf keine Chance gegen ihn. Er ist schnell und stark und verrückt. Aber er ist nicht der Hellste. Ich muss ihn mit Köpfchen loswerden. Waffenschrank. Waffensammeln ist wohl seine Leidenschaft. Wenn ich nur an einer rankäme. Aber sie sind direkt neben ihm. Er würde sicherlich aufwachen. Ja, das ist natürlich Katzengreifer. Benutzen. Entschuldigung. Katze abgelenkt. Oh oh. Ich sollte ihn nicht zu nah rangehen. Er könnte aufwachen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt dann gerade was machen kann. Ich versuche das dann erstmal mit der Treppe nochmal rum. Und dann waren doch hier an den... Ja, waren die... Wo waren denn nochmal die Lichtschalter? Die waren doch hier. Aber es tat sich irgendwie nichts, ne? Oder wie war das? Wenn ich jetzt hier so... Nee, die waren doch woanders, oder nicht? Hier, ach hier, doch. Hier waren die. Schalte ein. Nichts passiert. Okay. Ich drücke die jetzt einfach mal und dann gucke ich nochmal, ob das was gebracht hat. Voll sinnlos hier. Oder es geht halt echt erst mit den Glühbirnen, aber... Irgendwie muss es hier Trick 17 geben. Radio. Untersuchen. Solche werden gar nicht mehr gebaut. Was haben wir jetzt hier? Katzengreifer, Messer, aber ein stumpfes Bleiche, Stoffhetzen, Gemälde. Hm. Da waren wir gerade. Lampe. Die geht aber nicht, weil sie zu heiß ist. Tja. Kann man hier rausgehen? Geh hinein. Ach so, wir können auch raus. Okay. Lockere Steine. Zieh heraus. Obwohl sie so kaputt ist, kann ich die Ziegel nicht nur mit meinem Finger rausholen. Ähm, dann vielleicht mit dem Messer. Oder damit, genau. Damit. Ja, damit. Mit dem stumpfen Messer kann ich die Steine rausholen. Was habe ich denn damit jetzt vor? Lockere Steine. Müssen jetzt im Inventar sein. Ziegelsteine, alles klar. Okay. Brauchen wir auch für irgendwas? Kann ich noch weitergehen? Nein. Doch. Huch. Bin verwirrt. Warum auch bei den Irren bleiben, wenn wir hier sein können? Oh oh, hier ist es ganz, ganz nebelig. Äh, was ist, wenn ich immer weiter nach rechts gehe? Nix. Und dann komme ich da wieder hin. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Weil es einfach zu neblig ist, aber waren draußen am Ziegelstein. Hm. Kleines Fenster. Untersuchen. Das Glas auf einer Seite des Fensters kaputt, daher kommt also dieser Luftzug. Drin sehe ich meinen Entführer, wie er tief und fest im Stuhl schläft. Können wir vielleicht von außen da ran mit dem Katzengreifer? Ich finde sicher eine bessere Verwendung dafür. Schade. Bleiche? Reingießen nicht hier. Okay. Ziegelstein. Schlechte Idee. Ich bin mir sicher, ich finde eine bessere Verwendung dafür. Okay. Ja, man muss ja mal alles ausprobiert haben. Der Van. Durchsuche den Van. Bin fast schon froh, dass ich bewusstlos war, als er mich herbrachte. Und durchs Fenster kann ich Tierfutter und Blut erkennen. Aber die Hintertür ist abgeschlossen. Ich frage mich, ob ich irgendwo einen Ersatzschlüssel finde. Abgeschlossen. Fenster auf der Fahrerseite. Schau hinein. Die Tür ist abgeschlossen, aber ich kann erkennen, dass sein Telefon auf dem Fahrersitz hat liegen lassen. Vielleicht könnte ich Hilfe rufen, wenn ich es irgendwie bekommen könnte. Hm. Und du kannst nicht einfach mit dem Dings das einstingsen? Doch. Doch. Macht sie sogar. Hoffentlich hat das jetzt keiner gemerkt. Keine Schlüssel ins Zündschloss. Ich muss einen anderen Weg finden. Nimm Handy. Ha. Wie geil. Ich hab ein Handy. Ja, sehr gut. So. Ich ruf jemanden an. Ruf die Polizei an. Ruf Susans Wohnung an. Okay. Oh nein. Nein, nein, nein. Verdammt. Ich kann nicht mein eigenes Nummer erinnern. Ich habe es irgendwo irgendwo geschrieben, aber ich habe es niemals benutzt. Das ist blöd. Polizei könnten wir anrufen, aber ich denke jetzt. Obwohl, warum nicht? Wir machen es einfach mal. Wo werden wir anrufen? My name is Susan Ashworth. I've been kidnapped. These people are crazy. They're going to eat me alive. I don't know what to do. Please, you've got to help me. Please. What's your home address and postcode, Ma'am? What? It's irrelevant. I've been kidnapped. I'm not there. I'm afraid I need your home address to confirm your identity, Ms. Ashworth. It's flat 412 Helen Street, EX4422DL. Okay? Now please, do something. For God's sake! Calm down, Ma'am. Who's kidnapped you? I don't know who they are. They didn't tell me their names. No, but wait. He's an animal control guy. Drives a white van. He's got a wife. She poured bleach down my face. Bitch. They're... They're just mad. Won't stop at nothing. I'd run away, but there's this fog. And I have no idea where we are. You have been kidnapped by a... ...married couple. Is that correct? No. Not just any married couple. Don't you understand what I'm saying? These people are fucking serial killers. There's blood and bones everywhere. I mean, some of it is cat's blood. But there's human blood, too. I told you. They eat stray cats and dogs. And they eat people. They're sick. They make me sick. Is this a case of family disturbance, Ma'am? What? No. Did you know this married couple prior to the incident? Are you related? Jesus. Did I say anything at all that would make you think that? Calm down, please. I'm only trying to help you, Ma'am. I need to establish some facts first before a police car can be dispatched. Look. Just track this number and you'll find where I am. You can do that, yeah? They always do it on films. I bet you've got my number displayed on the screen already. Just do me a favor and send the police car, will you? Of course, Ma'am. Stay on the line. Did you witness cruelty to animals? What? You mentioned cat's blood. Was this married couple cruel to animals? If so, I will put you through to animal welfare services for this area. What a disgusting shit. Are you joking? No, I would not. Okay, please hold the line. Hello? Miss Ashworth, are you still there? Yes, of course, I'm still here. According to our records, you've recently discharged yourself from the hospital. Are you currently undergoing treatment for any mental health problems? No, it's not like that. Miss Ashworth, please listen to me very carefully. I can connect you with the on-duty doctor at the RCW Hospital's mental health unit where you received care recently. They can help you, you just have to talk to them and explain what's on your mind. I'm not fucking crazy. Look, just track this number and you'll find where I am. You can do that, yeah? You're just not going to help me. We are not qualified to provide psychiatric help, ma'am. It's best if you contact your doctors. Would you like me to give you their number in case you prefer to call them yourself? Oh, don't bother. I'll take care of it myself. I'll take care of it myself. Goodbye. Das war echt blöd und echt doof gelaufen. Aber irgendwie auch so typisch, dass es jetzt so lief. Hätte mich auch gewundert, wenn da irgendwie mehr dabei rausgekommen wäre. Nach links, weiter können wir nicht gehen. Ich hoffe, wir werden nicht drinnen angerufen. Das könnte echt blöd laufen. Oh no. Nee. Also, wir können uns auch leider immer noch nicht selber anrufen. Wir können wieder hineingehen und das mache ich jetzt auch mal. Was können wir mit der Uhr machen? Es gibt bestimmt noch irgendwas zu tun. Ich weiß nur noch nicht was. Flaschen. Herd. Ich weiß nicht, ob wir hier mit dem Kühlschrank was machen sollen. Sollen wir da jetzt ran oder nicht ran? Achso, unser Messer ist weg oder was? Ach, mit dem Messer, das hat sich jetzt schon erledigt wegen dem Ziegelstein. Okay. Dann. Sollen wir beim Waschbecken vielleicht irgendwie die Bleiche oder so? Aber das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Und nicht hier. Okay. Wo sollen wir denn die Bleiche hingießen? Sollen wir das bei dem Typen unten machen oder? Hm. Bin mir da noch nicht so sicher. Und da draußen ist halt wieder die verrückte Schachtel. Untersuchen. Müssen mindestens 20 Flaschen Bleiche im Karton sein. Okay, das ist eine Menge Bleiche. Wenn wir da noch mal hingehen hier. Vielleicht sollen wir auch immer noch bei der Badewanne waschen. Waschen Sie hier das Waschen? Okay. Kannst du hier vielleicht mit dem Greifer reingehen? Nee. Was soll ich alles nicht hier tun? Rasenmäher. Hm. Im Rasenmäher können wir auch gerade, glaube ich, nichts machen. Ja. Ich würde den Schlüssel ja gerne nehmen. Versuche die Leiche. Ja. So ein Scheiß. Hm. Ich habe schon viele Leiche in meinem Leben gesehen, aber diese hier ist definitiv bla bla. Entfernenstürpsel. Also sie will das nicht da reinstecken. Das ist echt ein bisschen blöd. Ich hätte immer noch diesen Katzengreifer benutzt, aber geht ja alles nicht. Ich probiere jetzt mal alles dusselig aus hier. Geh ran. Niemand ruft an. Achso. Oh, das meine ich halt. Wenn jemand anruft jetzt, das könnte richtig, richtig scheiße laufen. Schau dich im Raum. Mit einem Stapel weise Fleisch könnte es auch menschlich sein. Ich könnte wahrscheinlich etwas nützlich auf den Regalen finden, aber sie muss erst weggehen. Tja. Bleib und beobachte. Weiß nicht, was wir hier machen können. Mit dem Katzengreifer benutzen? Können wir hier die Bleiche in diesen Stoff fetzen? Ne. Ne. Ich habe keine Ahnung. Das hat jedenfalls nicht so gut funktioniert. Wüsste nicht, wo ich hier diese Sachen benutzen könnte? Können wir hier den Stoff fetzen beim Rasenmäher benutzen oder so? Hallo. Hm. Ne. Ach, das mit dem Gemälde. Naja. Nicht, dass die das halt irgendwann noch bemerken, habe ich auch gedacht, als sie das Gemälde abgenommen hat. Dass die halt merken, dass es da nicht mehr ist oder so. Das wäre auch blöd. Können wir mit dem Tisch irgendwas machen? Untersuchen. Schmutzige Überreste von vielen Mahlzeiten übersehen. Den Esch, das riecht stark nach vergammeltem Essen. Versteck dich. Ich muss mich nicht verstecken. Kann ich denn was anderes hier machen? Das Gemälde hier irgendwie hinlegen oder so? Können wir das Telefon hier... Ne, das kann man auch nicht benutzen in dem Fall. Tja. Auf irgendeine Idee bin ich anscheinend noch nicht gekommen. Hm. Können wir das hier irgendwie... Ich wüsste auch nicht... Das Gemälde, was man hier benutzen soll. Können wir das Gemälde hier... Ich habe keine Ahnung. Stoffhetzen, den waschen oder so. Hm. Ne. Dann gehe ich nochmal... Soll ich jetzt nochmal runter zu ihm gehen oder... Herd. Den da reintun? Oder das Gemälde oder so. Und dann irgendwie so ein Brand vielleicht, um zum Ablenken, damit hier jemand kommt. Hm. Ne. Also sie sagt immer nicht hier, nicht hier, nicht hier. Warte mal. Eins noch mit den Flaschen probieren. Über die Flaschen haben wir auch noch nicht. Da haben wir auch noch nicht alles benutzt. Benutzen. Hm. Ja. Ne. Dann habe ich eigentlich alles hier... Soweit ausprobiert. Für den Fall, dass da eine Idee bei ist, die ich selber noch nicht hatte. Ähm. Und mit dem Stoffhetzen einfach mal die Blühbirne... Ah, okay. Ich Dummerchen. Okay. Ja, warum nicht gleich so, ne? Mit dem Stoffhetzen die Birne abnehmen. Klar, weil sie die dann nicht mit den Händen anfassen muss. Sorry. Lange Leitung. Alles klar. So, dann gehen wir mal nochmal nach rechts hier. Denn hier sind ja dann gleich hoffentlich die Birnen zum Einsetzen. Und dann nochmal... Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal die Lichtschalter benutzen muss. Woanders. So, hier mach mal... Erstmal die Birnen da rein. Wunderbar. Oh, jetzt gehen die auch. Bücher untersuchen. Die Bücher sehen so aus, als wären sie schon lange nicht mehr berührt worden. Vielleicht wurden sie von den Vorbesitzern hier gelassen. Was ist das, ein altes Telefonbuch? Das könnte nützlich sein, aber ich weiß nicht, nach welcher Nummer ich suchen soll. Es ist ja nicht so, als ob ich Freunde hätte, die ich um Hilfe bitten könnte. Doch, hast du. Also, überprüfe mal, ich finde Susans Nummer. Meine Nummer ist hier, die merke ich mir lieber. Die könnte nützlich sein. Sehr gut. Prima, wir haben unsere Nummer. Kannst du dann hier nochmal die andere Birne einsetzen, bitte? Perfekt. Ich hab ein bisschen Schiss, aber... Ne, hier werde ich das Telefon bestimmt nicht benutzen. Ich gehe jetzt sofort raus und werde uns selber anrufen. In der Hoffnung, dass das jetzt noch klappt. Ich hoffe, wir müssen uns jetzt nicht ganz schnell verstecken. Das wäre echt scheiße. Oh Gott, oh Gott, beeil dich. Oh Gott. Geh mal hoch. Sind nur Schlafzimmer, auch so bla 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 bla, okay. In die Küche will ich ja auch nicht, wir gehen mal raus. Geh mal raus, oder hinein in dem Fall, und dann benutzen wir das Telefon hier. Telefon, ruf jemanden an. Susans Wohnung anrufen. Perfekt. Ich wurde von irgendwelchen Psychopathen entführt. Ich wurde von irgendwelchen Psychopathen entführt. Was? Wie ist das passiert? Du hast nur nach unten in die Küche gesehen. Look, es geht nicht. Parasite. Parasite. No one will miss him. Trust me. Listen to me. This guy is a fucking murderer. He's nothing but a parasite. I... But... Komisch, dass manchmal die Sprache irgendwie nicht mitgeht, obwohl der Text mitgeht, aber wenigstens hat man den Text, dass man weiß, was sie eigentlich sagen will. Äh, was ist die andere Chemikale, Mitzi? Sag es mir jetzt. Was ist die andere Chemikale, Mitzi? Tell me. Jetzt. Okay, fine. Ich sage dir. Es ist kein rocket science. Du musst nur ein Pestizide. Pestizide? Nichts du sagen, es ist etwas, was jeder hat sich zu Hause. Du kannst nicht benutzen. Du leben in einem Platz, oben auf dem Boden. Es ist für die Leute, die haben, oder wie manchen. Du kannst diese Sachen auf jeden Supermarkt, auch. Okay, fine. Was mache ich damit? Just mix Bleach und die Pestizide zusammen. Make sure, dass es nicht viel Ventilation gibt. Und wear some protection. A Gasmask oder so, ja? Right. Bleach. Pestizide. Got it. And a Gasmask. Got it? Yep. Thanks. Du musst jetzt Polizei anrufen, das bringt ja nicht. Was ist die andere Chemikale? Haben wir schon? Okay, danke, wünscht mir Glück. Ja, okay, nochmal die Polizei anrufen. Vielleicht glauben sie ihr ja auch eher. Du musst die Polizei anrufen. Ja, natürlich. Ich werde, Frau Ashworth. Aber, wait. Was soll ich ihnen erzählen? Du kennst, wo du bist? Nein, keine Ahnung. Out of town? Somewhere? Hast du versucht, die Polizei zu sprechen? Ja. Sie denken, ich bin verrückt. Shit. Was sollst du, dann? Ich werde es auch machen. Niemand wird es richtig machen, wenn du es nicht selbst machen. Ich habe gehört, dass jemand einmal gesagt hat. Oh Gott. Ich wünsche, dass ich etwas tun könnte. Alles. Just call them and say that I've gone missing. Maybe they'll put two and two together and actually take Michael seriously at last. Okay, das ist ja schon mal eine gute Idee und wir haben mit sie erreicht und jetzt sind wir auf uns gestellt. Okay, danke. Wünscht mir Glück. Okay. Thanks. Wish me luck. Be careful, Miss Ashworth. I'll be fine. I'm a tough old girl. This will be like a walk in the park. Was mich so wundert ist, dass sie die ganze Zeit überhaupt nicht kontrolliert wird. Also, dass sie einfach, ja, dass sie halt machen kann, so ein bisschen wie sie denkt. Ähm, ja, ich gehe nochmal jetzt rein. Irgendwas müssen wir doch machen können. Kriegen wir denn das Pestizidenzeug her? Ich habe keine Ahnung. War denn jetzt hier rechts noch was? Wo wir jetzt hier einfach, ähm, weggegangen waren? Ja, ich wollte das so schnell wie möglich erledigt haben. Den Anruf gemacht zu haben. Nicht, dass irgendwas passiert oder sie entdeckt wird oder so. Und dann auf einmal denkt man, oh scheiße, Telefon benutzen. Können wir damit irgendwie ein Ablenkungsmanöver starten? Leg auf. Okay. Kann man also nicht viel mitmachen. Hat sich ja, naja, hat sich so ein bisschen gelohnt, ne? Aber den Fetzen haben wir immer noch. Vielleicht können wir den als Gasmaske irgendwie benutzen. Hm, Sofa. Keine Zeit dafür. Ich muss rausfinden, wie ich hier rauskomme. Habe ich mir schon gedacht, dass man sich sowieso nicht hinsetzen kann. Können wir mit dem, vielleicht können wir mit dem Radio irgendwas machen. Können wir mit dem Radio irgendwas machen. Hm. Okay. Nicht, dass uns Miezi jetzt in einem ganz blöden Moment irgendwie anruft. Ich werde jetzt hier leider einen Cut machen müssen, obwohl es halt mega spannend ist irgendwie. Und ja, ich hoffe, dass wir dann wieder weiterkommen im nächsten Part. Vielleicht, weiß ich, ich weiß nicht, wo wir das Pestizidenzeug finden. Da müssen wir auch noch irgendwie rankommen. Was macht man mit einem Gemälde jetzt? Naja, die Antworten liegen irgendwo in der Zukunft. Kriege ich schon raus noch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.